Ja, Leute, wer hätt's gedacht, heute geht's mal wieder mit dem Absaug-Thema weiter. Aber heute bin ich nicht allein, denn mir hat jemand geschrieben, dass ich so eine schlechte Leiter hab. Und da hab ich mir überlegt, komm, ich hol mir einfach jemanden in die Werkstatt, der groß genug ist, um ohne Leiter an die Absaug-Rohre zu kommen. Und zwar ist das der liebe Siggi aus dem hohen Norden. Einen wunderschönen guten Tag. Wie lange bist du gefahren? Achteinhalb Stunden ungefähr. Achteinhalb Stunden mit der Bahn. Mit der deutschen Bahn, ne? Aber hat gut funktioniert, oder? Hatten wir schon schlimmer. Wir zeigen euch mal, was man machen. Also, ihr seht hier oben eine Absaug-Leitung, die geht zum Langbandschleifer. Das ist eine 140er-Leitung und hier seht ihr die Bandsäge. Bei der letzten Installation wurde das nämlich installiert. Deswegen werden wir das Ganze heute machen. Ich hoffe, dass ich genügend Rohr vom Absaug-Profi bestellt hab, dass wir das Ganze jetzt auch tun können. Ich komm, wir holen mal die Teile. Also, der 100er ist die Standrohre. Wir müssen hier einen Meter raus holen, dass wir um die Kurve kommen. Wahrscheinlich so gar kein Bock, die Scheiße jetzt noch raus, mal da zu machen. Ich auch nicht, weil ich gesagt habe. So, meine Freunde. Fast im Hof, wir brauchen ein paar Aufenträger. Ich bin stetig gespannt. Also, ich bin ja ehrlich gesagt, dass wir auch ein bisschen froh sind, dass wir es hier machen müssen. Wobei, wenn ich jetzt mal was nacheinladen muss, dann muss ich es auch selber machen. Ach, kurz davor, ich hatte einen Fakt zu bekommen, aber ich habe hier einen verfickten alten Schelle gehabt, die halt alt sind und die sind dann scheiße. Und die Rohre sind halt echt alt. Hier wäre ein halbes Meterstück. Das wäre aber gut auf ein Geil, ne? Wenn wir mal hier rauskommen, wie vorher. Das ist ein Job. Alter, mit der Ernst, das sind drei Zentimeter, gucken wir mal. Wohl bemerkt, das sind jetzt alles neue Rohrbauteile. Da merkt man direkt, das Ganze passt besser zusammen. Bei den alten Rohrteilen, zum Beispiel Oberfluss, ein Meter Rohr, hast du ja gesehen, das war ganz oval. Und man muss sich auch immer denken, wenn man so gebrauchte Rohre kauft, die Leute, die die abgebaut haben, vielleicht ist doch eine Firme Insolvenz, vielleicht hat mir irgendwie, vielleicht hat die Leute auch gar keinen Bock. Die haben am Ende dann auch nicht mehr so viel Lust. Ja, die Robbe hast du einfach auseinander, ne? Aber dafür sind sie natürlich um einiges günstiger, das darf man nicht vergessen. Wobei, die Ein-Meter-Rohre, die kostet ja generell nicht viel. Ich glaube, ein Ein-Meter-Stück kostet sechs Euro. Ja, das geht. Ja, das geht, ne? Was teuer sind, sind Abzweige und Bögen. Und die dort kauft man am besten eh nicht gebraucht, weil die kosten manchmal mehr als neu. Das Einzige, wo du wirklich immer einen guten Preis haben kannst, ist tatsächlich, wenn du eine Werkstattauflösung kaufst und da einfach alles wegholst. Und dann egal, ich nehme alles und dann bezahlst du für alles, was weiß ich, 500 Euro. Das ist dann immer das Sinnvollste. Allgemein, wenn man sich als Tischler selbstständig macht, ist das halt eine große Empfehlung, dass man sich bei Auflösungen bedient. Eigentlich ist ja auch gar nicht komplett. So, der muss als erstes hier... Ah, ne Ketten! So. Hast du noch? Ja, ja. Ich weiß, ja, ja. Ich weiß, ja, ja, ich weiß, ja. Jetzt haben wir euch gehoffnet, warum ihr da nicht drin kommen. Komm, tritt mal ganz hoch das Ohr. Gerätschaften gleich, Steven. Ja, sehr gerne. Chef. Jawoll, Chef. Das ist ja auch interessant, weil es das übliche Ziel ist, dass ich immer mal hier in der Werkstatt jemanden ranke. Sau gut. Ich schließe das halt. So, ich hätte gesagt, wir gehen hier hin und dann könnte man nämlich hier und dann da so an die Wand. Und dann gehst du an die Wand, weil es natürlich da geht, ist es ein bisschen weg. Das ist, wenn ich hier sehe, wenn die Schelle hier wäre, ist das da, wo das Kreuz markiert. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hätte ja gern noch mehr Maschine, dass ich noch mehr Rohre installieren muss, weil das immer so toll ist. Ja, das ist frei verstehen. Und dann können wir das hier, wenn wir die 5-5 Strasse ohne dran, gucken wir mal, dass wir da ohne gehen. Guck mal so, dass er nur ungezeichnet, die 5-5 Strasse gerade, also genau. Ne, die Dübel dreht durch. Hör doch auf, so. Ist das ehrlich jetzt? Beim letzten Dübel. Jetzt sieht man natürlich mehr deinen dicken Po als was anderes. Hör in die Kamera rum, das Motto, sieht man, was da abgeht. Ja, ich weiß es besser. Ja, ja, ja. Eine junge Heßschelle für den Chef. Das ist nämlich heute meine Aufgabe. Anreichen, gut aussehen. Für die guten Witze bin ich natürlich auch zuständig. Ja, also. Hat keiner von der Leder runtergefallen. Ich meine, ich habe auch alles gegeben, das darf man mal nicht vergessen. Ja, da merke ich jetzt langsam, dass ein bisschen zu schwach wird, ne? Halten wir uns näher. Machen wir, dass das im Prinzip hier ist. Ja, aber zieht trotzdem schon viel drin. Machen wir weg. Der Feinstaub ist weg, ne? Ja, ziehen wir den Schlauch ganz weg. Ja, schon. Gleich hier einfach so Holz, dass man den so verschieben kann. Und der Floor ist halt geil, ne? Aber du hast halt den Feinstaub auch irgendwie, ne? Ja. Wie du ein Arm bist. Ja, ja, ja. So Leute, also, das Ding ist jetzt final. Wir haben jetzt hier oben einen 45 Grad Abzweig, der geht rüber zur Wand sägen, wird reduziert auf einen 100er Anschluss. Einfach, weil ich jetzt noch einen langen 100er Schlauch hatte, dann kann ich auch mal den Boden saugen. Schauen wir uns jetzt an. Und dann schauen wir uns noch einmal kurz die Standbaumaschine an. Bisschen raus für Riesa, sind wir aber da in Siggis Video reingegangen. Und genau, das Video verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Schaut dort ungefähr unbedingt vorbei und lasst dem Siggi ein bisschen Liebe da. Ihr seht, der Langmannschleifer ist immer noch normal hier angeschlossen. Aber wir haben hier oben einfach einen 45 Grad Abgang. Und hier die Kurve ist jetzt auch schön mit Bögen gelöst, mit zwei 45 Grad Bögen. Kann man das echt gut lösen, wenn man die dann einfach so ein bisschen verdreht. Dann kann man auch so etwas andere Gradzahlen an Bögen ganz gut gestalten für euch als Tipp. Genau, hier ist dann der Konus von 120 auf 100. Der 100er Schlauch. Immer ganz wichtig, auch so ein bisschen hier auf den Pfeil achten, dass es richtig rum angeschlossen wird. Und jetzt als erstes mal, wie war es denn vorher? Vorher war hier echt sehr viel Material. Also hier wirklich ein bisschen was zugeschnitten und da war hier unten alles voll. Ich habe jetzt schon einiges geschnitten und das ist nur noch runter gekommen. Ihr seht, das ist jetzt im Moment auch noch mehr als ein Provisorium. Aber läuft tatsächlich schon eigentlich ganz gut. Ich habe gerade gesehen, wie es unten ausgesehen hat. Ich werde mir jetzt mal hier ein Stück Holz schnappen. Und dann werden wir jetzt einfach mal so ein paar Schnitte rein machen. Ich habe gerade im Hintergrund mit Sekundenkleber so einen kleinen Staub, so eine Staubleitung geklebt. Funktioniert richtig gut, ey. Ja, 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 ich habe extra jetzt hier unten. Kannst du mal her, gucke, komme. Klappt mal zu, aber nicht ganz. Nur, dass der Hebel hier reingeht. Genau, und da ist jetzt das Sägeband. Und der Staub, der knallt hier drauf. Hier links ist eine Leitung. Und der Schlauch, den klemme ich tatsächlich einfach nur hier so dazwischen. Und das hält gut genug, ne? Ja, geil. Vor allen Dingen, da kann ich hier auch endlich mal die Systembaumaschinen mit absaugen. Und ich kann sogar mit dem Schlauch hier an die Langlochbaumaschinen, das ist halt echt mega geil, ne? Das ist natürlich jetzt richtig schön stressfrei. Ja, ja, pass auf, ich schneide mal was. Stressfrei mit einem Schlauch. Und du hältst dann gleich nur unter die Kamera, weil da kommt gar nichts mehr unter raus, ne? Das ist schon übel, oder? Pass auf, ich mache jetzt einen Schlauch hier unten drin. Das ist natürlich schon, also ist klar, eine Bandsäge, die schmeißt einfach viel. Das Gehäuse nicht irgendwie abgesaugt, bis es geschlossen ist und so. So, Leute, schaut unbedingt, Oleg, an die Unabhängigkeit. Ich wollte mal ein bisschen näher kommen, aber ich muss ja weiter wegstehen, damit ich auch noch drauf warst. Ja, schaut unbedingt mal beim Sieg auf dem Kanal vorbei. Wie gesagt, da haben wir hier noch eine Absaugung verlegt, das ist ganz witzig geworden. Und genau. Bergstadtrundgang, könnt ihr gucken? Ja, stimmt, Bergstadtrundgang ist beim Sieg jetzt auf dem Kanal. Und so ein paar Projekte habe ich auch schon gemacht. Und so ein paar Projekte. Also ich würde gerne mal umschauen, gibt ein bisschen Tischler-Content da. Du musst ein eigenes Video über deinen Breitbandschleifer bitte machen. Mache ich, für dich mache ich das gerne. Ja, bitte, dann verlinke ich dich auch noch mit. Das kriegen wir hin. So, tschüssi. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. So, tschüssi.